Ah, Jesus greift, Ali, ah! Liebe Leute, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Dinos Online Adventskalenders. Also am 2. Dezember. Ein schöner Tag. Heute kein Rückblick, sondern heute was zu gewinnen. Dann ist doch das, was ihr eigentlich wollt. Ihr guckt doch eigentlich nur hier Schmarotzer, weil ihr immer was Grades haben wollt. Würde ich aber auch machen. Also am besten, ich weiß auch nicht, wie gewinnt man denn überhaupt? Das ist eine gute Frage. Was gewinnt man? Ja, den Grund mal, was man... Genau, Hummerat. Wir überlegen uns... Ey, wie wäre es denn in der Preisfrage? Ja, die Frage ist, was kann man heute gewinnen? Das möchte ich uns beantworten. Per E-Mail, meinetwegen an adventskalender-at-donots.com oder bei Facebook einfach unterschreiben. Was gibt es heute zu gewinnen? Das Ganze gibt es übrigens natürlich auch für die, die nicht gewinnen, in unserem Online-Shop. Ich bringe es mal ein bisschen näher ran. Also alle, die nicht auf der Tour waren, da gab es die noch nicht. Ganz formschönen anzusehen. Jan Dirk sieht auch toll aus damit. Ja, aber es gibt noch zu den Gewinnen, ich darf ja nicht sagen, was es ist, ihr müsst es ja erraten. Gibt es noch Folgendes zu berichten? Die waren vor der Herbstour bestellt und sind nach der Herbstour angekommen. Alles richtig gemacht. Also ganz schnell, was gibt es heute zu gewinnen? Bei Facebook posten oder an adventskalender-at-donots.com. Und schon habt ihr Glück. Bis morgen. Was gibt es da gerade? Es gibt einen Frühlingsschnörder. Wie war das denn Frühlingsschnörder? Da ist drin Deckweiß, zwei Äpfel und zwei Bananen. Tag5-1-2-2-3-1-2-2-3-2-5-4-3-4-4-4-4-5-9-5-4-4-6-4-5-5-5-5-4-4-5-6-5-5-5-6-4-5-2-5-6-6-5-6-5-6-5-6-6-6-5-5-6-7-5-5-6-5-6-6-6-6-6-6-6-7-5-6-6-6.